Vorwärts! Es fließt barbarisches Blut in deinem Herzen. Sie schauen dich bloß an und das erfüllt sie mit Hoffnung. Rom ist weder in der Lage noch willens, dich als Königin anzuerkennen. Unser Volk hat die Götter des Landes gebeten uns einen Anführer zu schicken. Und jetzt haben sie es getan. Nimm mich und meine Männer als deine tollen Diener an. Für unsere Freiheit werden wir kämpfen. Halten die Linien! Halten die Linien! Attacken! Sie schicken Verstärkung, die wir nicht besiegen können. An dieser Stelle müssen wir siegen oder sterben. Du wirst immer meine Königin sein! Hurrikant! 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 2 5 Untertitelung des ZDF, 2020